Der Kampf zwischen Zielke und Schellbach und muss versuchen, den Anschluss wieder anzufahren, an Christian Zielke. Vorne Ahrenfeld auf 6, Böccher 7, Zielke 8. Er weiß, es ist die letzte Runde, er darf sich jetzt da keinen Fehler mehr erlauben, dann hat er die Top 8 geschafft, Böccher und Ahrenfeld noch knapp vor ihm, aber er wird da keinen Angriff mehr riskieren. Das wäre blöd, da was zu riskieren, wenn man nach hinten 1,5 Sekunden ruft, dann sollte man diese Sekunden dann ausführen. Er muss auch nichts mehr wissen, er hat Platz 8, das sollte dementsprechend, das sollte nicht, das wird gleich schon gesagt, für Zielke. Und ja, vorne diese Station, wir hatten es durchgegangen, vorne Klanz, Krönke, heutiger, dann ist es auf Platz 4, der Kollege Jago Czinski, 5, Ubertries, 6, Ahrenfeld, das ist ein Böccher, 8, Zielke. Das die momentanen Station zugelassen von Moritz Kranz ist der Sieger, kommt in diesem Moment über den Zielstrich. Moritz, herzlichen Glückwunsch, hast du damit gerechnet? Äh, nein. Genauso cool und so trocken, wie er gefahren ist, sagt er nein, eigentlich nichts. Saß für mich, der die ganze Zeit hinter dir stand, so einfach aus, oder was hat dich nach vorne gebracht? Ähm, der andere, der hat sich auch, was hat sich für stark, aufgetreten. Ja, das ist ein Böccher, das ist ein Böccher.